Guten Morgen! Morgen! Bist du dir selber über den Zeh gerollt? Das ist doch mal was am frühen Morgen. Was sollen wir machen? Papiere. Oh, da wird heute in der Kita angemeldet. Ja, das geht hier los. Das ist ein Leben. Und morgen hat's ihr Brotstag. Yay! Deswegen kann ich kein Geschenk machen. Weil du die Mutter bist. Das ist doch total bescheuert. Das ist total blöd, Mutter zu sein. Wer will Mutter nicht mehr sein? Anmeldung! Yay! Was denn? Doch, ein bisschen lustig. Deine letzte Mal Anmeldung? Vierte Mal, ne? Vierte Mal. Du warst mal, Junge. Ja. Vorbei. 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 Hier, um mal zu zeigen, was passiert, wenn jemand ein Fahrradständer abbricht und damit ein Schloss aufknebelt. So sieht das denn aus. Fantastisch. Schönes Beispiel. Mit so einem Schlösser braucht man nicht sichern. Schön aufgeknebelt. Klappt auch bei dickeren Ketten natürlich. Auch mal ein bisschen mehr Kraft. Muss mal kurz den Tretlager tausch hier abfilmen. War am Samstag schon da. Aber festgestellt, Tretlager wackelt nach nicht mal einem Jahr benutzen von einem Kind. Da sitzt jetzt so Little John Buxian und die haben mir gesagt, ne, ist nicht. Wirst du aus eigener Tasche zahlen. Okay. Zwei Verschleißteile und fertig. Ja, kann man machen, muss man aber auch nicht umlegen. Ich meine, wenn sie Tretter mal gekauft haben und für die ist jetzt ja ein Klacks. Das Hinterrad macht Probleme. Heute, heute, ganz kleine, ganz kurze Aufnahmen. Da hört man manchmal was am Hinterrad, was nicht funktioniert. Wenn man schaltet oder was gesiegt, wie der Dreh macht. Dreh mal. Also erstmal, wo man es schon mal im Hinterrad gerade macht. Geht nicht weiter. Das ist halt eigentlich, würde ich mal sagen. Na, und das Hinterrad muss ein bisschen zentriert werden. Also Luft ablassen. Gerade ziehen, was gerade geht. Bis zum Dritten? Keine Ahnung, was der Dritte ist, ja. Im entspanntesten Gang. Werden wir nie merken. Mit Spannung oder ohne Spannung? Frag mal lieber so. Schalt mal. Dreh mal kurz an die Kugel, sonst geht der Zweite nicht. Jetzt hab ich voll durchgezogen. Das ist eindeutig der Erste. Ja. Aber hier überspringt hier irgendwas. Ja, der Zweite kommt nicht. Das ist der Dritte. Das müsste jetzt eigentlich im Zweiten sein. Lass ein Wetter reinrutschen. So. Achtung. So, in etwa. Okay. Ne, siehst du? Ne, siehst du? Das muss ich aufmachen. Das ist ja schon voll entspannt. Ja, was? Jetzt noch mal zurück. Kannst du mal in Zukunft retten? Oder war ich schon? Hast du Fils? Ne. Lass mal los. Komplett. Ne. Das ist das, was du meinst. Na aber rasselt. Wartert. Achtung. Das ist aber kein kleiner Service. Das ist das volle Programm angesagt. Na ja, dann. Mal erstmal raus holen das Ding. So, ich geh mal hier in den Zug aus. Erstmal. Erstmal alle retten hier. Was hier sonst hier rumschlackern kann. Und was uns sonst um die Ohren fliegt. Aber auch die Narbe ist rettbar, oder Achim? Ja, ist nicht. Ja, siehst du. Wunderbar. Scheiße, ja. Ob die Narbe knattert, knallt, oder was weiß ich was. Scheißegal. Das muss alle zu retten sein. WD40 ohne Ende. Na ja, WD40 ist es nicht alleine. Also da ist auch schon irgendwas kaputt tatsächlich bei dem Ding. Irgendwas ist abgelaufen. Irgendeine Klinke, irgendeine Rasse. Irgendwas funktioniert nicht mehr richtig. Da packen wir alles fein säuberlich beiseite. Hier ist der Zug hoch. Schaltkätzchen. Ja bitte. Ach, sie ist wieder da. Wie siehst du? Jaha. I am coming. I am coming. Oh, so. My English is very well. Du. Ich komm mit dieser Licht aus. Und die Beeren. Das ist ja schlug. Ja. Was macht der Achim jetzt hier? Er hat das Internetrad rausgeholt. Erstmal in erster Linie. Jetzt wird aufgemacht. Und dann sind wir alle sehr gespannt, was da passiert. Wahrscheinlich nicht viel. Schauen wir mal. Ich bin mal gespannt, wann die Kamera wieder abstürzt. Hahaha. Der Akku ist nämlich schwach, schwächer, am schwächesten. Keine Ahnung, was damit schon wieder los ist. Das spackt hier alle drum bei mir, die Technik. Ich bin kein Technikfreak. Ja, die ist verdreht, war die Scheibe. Oh ne, gab's die schon. Achso. Naja, ich hab ja Schraubenzieherhände. Ja. Zack. Ja, jetzt, äh, draußen denn, gibt's noch diesen, diesen Fahrrad im Ständer. Mit Ständer anschauen. Lampe mit Gaffa hier. Kann man ein Stück von dem Gaffa rufschmieren. Ah. Und, äh, ja, weil die brechen dauernd ab, die Lampen bei ihr. Keine Ahnung, was sie macht. So, was haben wir da? Hm. Da stimmt doch was. Ne. Die ersten Metallspäne. Zack, und was ist das für ein Teil? Wo kommt das her? Ist das hier für ein Teil? Auf jeden Fall nicht vom Lagerring. Nicht vom Lagerring. Ne, ne, ne. Das ist Tiefschürfen. Sieht immer schön irgendwie schon zerwalzt aus. Na komm, ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Ach du. Ich glaube, ich weiß, was war das? Ich ne mal raus. Das wird der Federring sein und das Gianti hier festhält. Hier. Siehst du? Das sollte man normalerweise nicht abnehmen können. Und hier der Federring. und so aussieht fehlt auch die scheibe so ein banaler dinge guck mal zack ja ist hier die scheibe noch drauf nein also die scheibe hat zerlegt jetzt heißt es erstmal auseinander bauen alle teile abnehmen alle teile finden die irgendwo rum schwirren die quasi auch so ein bisschen blockieren säubern und dann drehen wir das ganze um und dann mit einer opfern aber wieder zusammenbauen ganz einfach nehmen den fest konus ab das ist noch da das schreibchen schreibchen die ist die abdeckung für die feder von oben hier ist noch da die feder ist da jetzt müssen wir irgendwo noch mehr teile sein ich meine fallen ja nicht raus die malen sich zwar tut klein aber und wieder zurück und jetzt raus damit musst du durchstecken ja gut das ist schon so verharzt den löffel zu breit gekloppt ja habe ich auf teile suche jetzt wird erstmal schön da was machst du hier ein bisschen viel nämlich so viel oder sprühen langsamer damit nicht so überall hingeht also ist ja wirklich mehr mit namens service hier als andere also wie sagt die bin teile werden ersetzt was hast du noch mal beschreibt auch immer bevor du dein baust die kamera nämlich noch mal an so achim sitzt zusammen sind ja die angestellten das special als bmx was im bau ist ne ja dass das führst du dein tausend heiß das führst du meinst du das rote oder weiß ja Also vom Stil her ist es ja, aus der BMX Ära, hat mich gewundert, weil das Räschleiß war vielleicht damals schon eine Marke, aber mir nicht so groß bekannt. Da waren ja dann eher so... So, na dann, klack, klack, und klack, läuft wie eine Biene. So, dann nochmal auseinander, Augen verbinden und dann auf Zeit. Hab ich schon gemacht, nur nicht auf Zeit. Na nü? Ach da, der ist so sauber, den hab ich doch glatt übersehen. Sperrklingen sind drauf. So, Tommi, bringst du mal bitte die Fettpresse von oben? Hier, warte. Boah, ist denn da angespannt, oder was? Die Fettpresse steht da, neben dir. Nehmt ihr! Ah! Danke! 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 Das Telefon ist wahrscheinlich so. Das Telefon nebenbei, nicht nebenbei. Sonst, wir wollen das nicht mehr überziehen. So, nehmt. Da haben wir ja noch mal, wir können das aufpassen. Ja, da sind die Fettpresse. So, das ist... So, das ist die Fettpresse. So, das ist die Fettpresse. So, das ist die Fettpresse. So, das ist hier... So, das ist die Fettpresse. Vielen Dank. So. 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 Und dann erstmal die andere. Wenn man merkt, dass die Mutter schwer läuft, einfach ein bisschen Fett auf die Winde machen. Jetzt suchen wir mal kurz hier unter den fallenen Nuss, äh Butter. Was hier fallen, da liegt es. Scheibe rauf. Festen Sitz kontrollieren. Und da gerade die Kamera in einer schlechten Position steht. Das muss ich jetzt mal standardmäßig kontern. Das muss ich jetzt machen. 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 Das hört sich wieder gut an. Das war's. Einbauen. Fertig. Das muss ich jetzt machen. 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 Jetzt nehmen wir uns mal den Achterratsschusschlüssel. Jetzt nehmen wir uns mal den Achterratsschusschlüssel. Jetzt nehmen wir uns mal den Achterratsschusschlüssel. Wenigstens hat die Aufnahme geklappt jetzt hier. Gott sei Dank. Was haben wir hier? Ich habe wieder das Alltägliche hier, irgendwelche Bremsleitungen, Bremszüge. Okay, letzter Versuch. Ich habe nur Fisch absagen mit dem Wetter, oder? Ja, ja, bloß auf Dreckwetter. Die erste Schauer war um halb drei, zwei, halb drei. Was für ein Schauer. Was für ein Schauer. Alter, das hat durchgeregnet bei mir. Ja. Bis morgens. In der Wohnung nicht. In der Wohnung nicht. Nein. Ach so. Ohne Unterbrechung. Ohne Unterbrechung. Da war nicht einmal. Ja, das hat einer schon aufgehört. Und dann hören wir uns hier. Ja, nichts. Da hat er die ganze Zeit durchgemischt. Und dann hat das nachher um halb sechs, wie ich vom Fußball gekommen bin, und feierabend hat das gleich wieder, hat das nochmal angefangen. Richtig durchweg, bis um zehn Elbe. Da hat sich den Fernseher eingemacht. Wir hatten eine Stunde. Der hinkte dort. Und auf jeden Mal war das Störungen drin. Ja. Fernsehprogramm war weg. Internet war weg. Und gestern am Mittag, da wurde doch immer wieder auch schönes Wetter. Ja, aber gestern hat mir das schöne Wetter nicht gebracht. Aber bis Mittwoch haben sie schon wieder noch schön Mitte angesagt, bis übermorgen. Ja, ist ja schön, dass es bis übermorgen schönes Wetter gibt. Finde ich ganz toll. Bis Donners, bis Mittwoch. Da waren sie schon wieder. Donners, da feiern auch schon wieder schlecht. Also da. Und Bayern hat das ja nicht wieder geschüttet. Hier auch. Na na ja, da waren, da waren sie erst, haben sie den Corona gehabt. Und jetzt haben sie den ganzen Mebel, alle, alle unterspielt, alle kaputte Garmilch da. Und in Erlangen 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 und in Erlangen. Viel Pech, würde ich mal sagen. Na ja. Da haben sie ja eine große Schadenjagd, alles kaputt. Derjenige musste sein Laden schöpfen haben, die ganzen Leute da. Die ganzen Sachen, alle nass. Na ja. In Westdeutschland haben die nur Pech. Hier war das Wald, da war auch ein riesengroßer See da. Ich wüsste nicht, da war in Westdeutschland da. Im Wald irgendwo, dass da so flach da geworden, ich wüsste ich. Da sind viele Unwetter. Aber im Grunde genommen sind sie hier in Deutschland doch Berlin so groß verschwunden geblieben. Na ja, ich wüsste ganz ehrlich, früher hatten wir hier in Berlin noch einen Vorteil. Einen ganz großen. Da stand eine Mauer drum. Ja. Ja, 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 ja. Ja, auch das, ja. Die letzten Unwetter, die nicht mal erlebt haben, das war hier. Alle waren ja an der Ecke, da wie damals sagt er, wo die Uhr unterspült war. Alex ist schon wieder auf der Fluch, Thomas. Was wär's auf der Fluch? Alex. Der ist doch gerade vor vier Stunden abgehauen. Im Westen oder wo? Im Westen. Na, ich bin gerade raus. Das war's in 220 Euro. Ja, ey. Das war neu. 220, wa? Neu, ja. Ja, Mann. Warum machst du so weit? Ja, Mann. Das ist doch verboten, da zu rufen. Weißt du doch. Da haben sie doch die Viren gefunden. So, das haben sie überall aufgemacht. Jetzt kannst du Spanien fahren, Urlaub machen. Nach der Türkei überall. Ab morgen. Das ist mir doch real. Jo, ich verholen. Das ist cool, um in Urlaub zu fahren. Das ist jetzt wieder los, richtig. Jetzt geht's doch wieder los, richtig. Mit ein bisschen Einsprungen, mit Mundschutz und Abstand musst du nur halten, aber das kannst du los gehen. Nächste Woche geht's ja jetzt richtig los. Wenn über nix, wenn die Ferien anfangen, dann geht's ja jetzt richtig los. Jetzt können sie doch wieder alle nach Spanien fahren. Nein, nein, ja. Überall. Abwägst du doch. Kennen sie? Ja. Haben sie alles aufgemacht. Überall, Spanien, überall. Zug durch, bitte. Jetzt warte mal rein, Frut. Jetzt verliebt das Ding hier. Ja, trotzdem kommt der eine mehr, wa? Vorhin war er da. Sein scheiß linker Apothek. Das ist die Sache jetzt auch mal vom Tisch. Ja, das hab ich mir schon richtig umgesagt. Du hast schon nachher gesehen hier. Wie gesagt, vorhin war er da. Ja? Ja. Das wär schlimm, ey. Ich find sowas echt schlimm. Diese Scheiße hier. Lässt deinen Scheiß hier und dann machen sie mich dafür verantwortlich, wenn sie es selber nicht wiederfinden. Nicht die Nerve, ey. Ich muss noch mal Sachen von links nach rechts räumen. Das ist halt so. Weil viel Scheiß sucht. Nicht gucken links und rechts. Das ist hier. Bei den Rädern kannst du echt, du darfst nicht links und rechts gucken. Bei den Rädern musst du einfach mal reparieren, was auf dem Plan steht. Ansonsten kriegst du die Krise. Ansonsten wär das geil repariert. Aber du kriegst das nicht gebacken. Das ist zu viel. Du würdest vorne anfangen, hinten aufhören bei so einem Rad. Genauso bei dem. Bei dem, ja. Bei dem. Mach mir mal die Bremszüge. Dann machen wir die Bremszüge. Ja, dann kommt sie wieder an. Oh Mann, jetzt bremsen die Bremsen zwart. Aber irgendwie quietschen die Belege. Ja, dann machst du die Belege. Und das nächste ist, dann will sie Licht vielleicht haben. Oder dies, das, jenes. Kommt immer alle Brücken und mehr drauf zu. Und die Felge ist verschlissen. Auch die Felge ist kaputt hier hinten. Ja, was willst du denn da sagen zu ihr Frauen? Dann kommt die typische Frage. Na, lohnt sich das denn noch für die Draht? Das kannst du doch nicht für die Leute entscheiden, ob sich das für die Draht holen. Das müssen die entscheiden. Ja. Der Kunde hebt den Auftrag und sagt, du pass auf, ich bin das repariert, dann fertig aus. Aber nee. Verantwortung wollen sie aber nicht übernehmen für ihre Aussage. Natürlich, das hast du recht. Der Fahrradwagen hat gesagt, ich soll das reparieren lassen, das lohnt sich. Nein, das muss der Kunde natürlich selber wissen. Und natürlich sag ich dann schon, also finanziell rein, so materialmäßig die sind, lohnt sich, lohnt sich nicht. Hier, achten drin, ohne Ende. Das sieht ja, das sieht ja auch, dass da achten drin ist. Ja. So, jetzt hier die Gurke und dann... Wolfgang, du bist ja immer noch hier, Alter. Geh auch, ey. Will nicht nach Hause, gibts doch gar nicht mehr. Mal rein, zack, boom. Und dann meine Medikamente nehmen und jetzt schlafen nehmen. Was nimmst du Valium oder was? Ach, ja. Was? Ja, ja. Ja, ja, ja. Was war denn hiermit überhaupt? Hä, was war denn mit dem Ding? Ich hab überhaupt keine Ahnung. Was war denn damit? Wenn ich denkst, wohl, dass ich Kalken rauskomme, dann sagt die andere hier, kann ich wenig Admeten nicht finden. Ach so, deswegen. Na klar. Na klar. Na klar. Na klar. Na klar. Wir gehen sowieso gleich, wa? Ich geh auch gleich. Wolfgang macht Ablösung. Aber lass noch einer. Ich hab Corona, mach nix. Ja, ja, ja. Ich hab Corona. Ja, 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 ja. Ich hab Corona, mach nix. Ich hab Corona, mach nix. Ich hab ja schon mal reingeguckt um die Winterzeit. Aber da bin ich irgendwie bei den Familienvideos gelandet. Und wo ihr da dann... Naja, da ist ja auch nicht viel im Rahmen. Österreich war da ja. Genau. Und von da bin ich dann nicht weitergekommen, hatte auch nur das Handy mit. Und das war ja auch, wo ich sagte, dass ich da irgendwie kein Kommentar und gar nix irgendwie da abgeben kann. Ja. War komisch gestalten vielleicht. Naja, dann hab ich vorhin dann mal geguckt. Hab ich eingegeben. Fahrradsalon. Tommi. Schmick. Komma Roga. Und dann kam das auch. Und ja, das... Den Gesang, auf den ich mich bezogen hab, als ich gefragt hab, der war jetzt nicht dabei. Aber das war trotzdem ganz witzig. Und da hab ich gedacht, ich bedanke mich mal bei den Leuten, denen das gefallen hat. Da legt sich der Kollege an, was du Arsch. Auf jeden Stuhl. Da hast du jetzt aber nix hinterlassen da, oder was? Nein, nein, nein. Hast du mir nur warm gehalten, oder? Da kommt der Warme, aber kannst du dich hinsetzen. Das ist keine Bakterien, oder? Nein. Hahaha. Ja. Ah. Ja, was denn? Ah, ist das wie sehr schön. Der ist die Pölzer halt. Ja, wüsste ich auch. Weil du... Bisschen Yoga machen. Ja. Statschi. Gleichfalls. Bis dann. Tschau. Dschauessen.